nach naja kann ich jetzt noch zusätzlich mal leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge ja ist das game ja praktisch war von haben vergessen mein kind zusammen mit den kleinen klein aber ein bägen ohne warum dann weißt du doch irgendwie sage ich nix das ist wie die mit der abkürzungen immer was ist denn weh da weißt du doch mal gerne hast kann man anziehen ha ha braucht es jetzt nicht so tun und schlapp ihn noch und die hier was unten rechtsläuft bei euch ist das die der liedname und oben rechts ist oben links die oben rechts ist mein sponsor auf der musik beide im hintergrund oder jetzt kommt mir musiker hast ein problem das kommt ja wenn du mir so toll ist mir doch egal für die über die so toll gesperrt am ende ach endlich habe ich meine waffe mk 22 ja gut ich weiß junger ich hatte sie noch mal leisten wenn mich ja du schreit sie zu laut ne ich rede so wie immer einmal laut leise ja man kann ich dich gleich auf 1 genau was für eine wahrnehmung du hast aber ich würde ich die ganze zeit gleich bei deinem mikrofon ist es da so einmal laut bist du und dann einmal wieder leise dann einmal wieder laut einmal wieder leise kann ich sein im clip sagt was anderes wenn ich vorhin zu gemacht habe weiß ich ja nicht wie der ist was da ist ein clip aber bitte leiden ja nicht auf kurz halte ich ja ganz bestimmt nicht ich meinte dein mikrofon jetzt ja dann kauft ihr bekommt auch neu ist mir auch kein problem dann suche ich dir ein sauberes ach so wir sind jetzt drunter ja es schön nichts zu machen ja du bist doch ein paar an das hatte bei vora machen da wären wir sind erwarten doch das gerade meines body von music ablaufen drück auf gummi freunde wenn es euch gerne fällt nach flex schöne grüße guckte sowas überhaupt was meine videos ja ne ich meine hab glück aber das biert ne ach so aber guckt das weiß ich nicht ich kann es ihnen ja mal fragen freunde wenn es euch fällt könnt ihr gerne oder wenn es euch mal fragen warte ich war das denn ne 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 Und wer schießt auf mich? Auf uns. Meine ich doch. Ich auf dich? Ja, komm. Halt dich. Ach so, musst du nicht. Musst du nicht. Oh, Freunde, wenn es euch fällt, wie ich gerade erwähnt hatte, könnt ihr gerne liken. Komm, wir fahren weg. Hey, wie? Ich habe nur ein bisschen Schaden weggenommen. Wir gehen jetzt zu denen. Ah, er ist zum Tod. Warte, wo ist denn es ab? Drei Reifen ist dann kaputt. Ich sehe es. Aber ich kann weiter fahren. Wie? Umsteigen. Ja. Warte. Ach, ich kann Kofferraum reinmachen. Was ist denn das denn? Oh, scheiße. Warte. Oder auch nicht. Ja, guck mal im Kofferraum. Wenn du E drückst oder Tab zum Heiligen. Hier, guck. Kann da was reinlegen. Ja. Siehst du's? Sehr cool. Da kannst du auch deinen Verband reinlegen, alle. 250 Kapazität. Ja. 250. Ja, mach dich doch. 250. Da leg doch was rein. Warum? Na, dass wir's zusammen nutzen. Dann vergessen wir's. Na, ich vergesse nie was. Also mach dir keine Sorgen. Ich nehme erstmal die Spritze. Oh, ich habe auch eine. Dann nimm die. Doch gleich. Warte, jetzt fahren wir nochmal zu denen. Freunde, nächste Woche Samstag gibt's wieder 24. Dann fahr'n sogar. Dann. Ich fahr' lieber rum. Ich fahr'n gegen die Zone. Ja, ich hab's gesehen. Dann gibt's am Montag, Mittwoch. Also danach, dann Montag. Ja. Also nächste Woche. Ist für mich nächste Woche. Ich bin dann. Ist rechts frei. Ja. Der Quart auch einfach und guck nie. Also ja, ist mal gut. Das war aber links. Wir fahren jetzt rechts. Ja. Was ich gesagt habe, sie ist rechts frei. Na warte, ich will auf Fluss fahren. Wo müssen doch die Schüsse hierher kommen. So, dahin. Warte. Was? Hast du das gesehen, Shady? Ja. Hab ich das gut gemacht? Was? Ja. Level 3. Sind sie fertig? Ich habe keinen mitgenommen, keinen Rucksack, ich habe einen Level 2 Rucksack. Gut. Upsala. Ist hinausgewutscht. Ja. Ja, ja. Jetzt gehen wir auch vor, wir können andere Gegner. Oh, wir haben Sturm bei uns. Okay. Werde wird geschossen. Dich, mich, aufs Auto? Dich. Oh, du. Und mich. Aber ich habe nichts auf Auto getroffen. Naja. Die meisten treffen sehr ähnlich. Warte. Der kam von mir. Außerwein. So. Karma. Wie sehen wir es so schnell sehen kannst? Was? Ich gucke immer auf der Karte und auf der Map. Naja, also auf den Dings. Welche Map? Ach, ich meinte hier auf dem Fußboden. Also auf dem Weg. Komm. Und was soll er sein? Na, da sehe ich dann die Gegner auch besser. Hier auf dem Weg. Nein. Du siehst doch den Weg jetzt ja gerade, gell? Ey, Weg. Ach, auf das. Die Straße. Hier gerade aus, wo wir jetzt lang fahren. Da sehe ich halt die Gegner halt sofort. Ich gucke mal. Ja, das ist jetzt auch halb kann da. Aber ich gucke ja mal auf. Ich habe gerade einen Fallschirm gesehen. Oh, ein Lift. Ich sehe ihn. Ja, ich habe ja auch einen Fallschirm gesehen. Auch von hinten. da kommt noch einer das war denn der kanal ja hallo weiß ich nicht muss abhauen da hat was hingel... das kommt von ihm die granate ja warte kann ich warten jetzt muss ich durchziehen von links glaube ich von hinten ich habe doch sagt worte aber nein ja dann wäre ich gestorben sonst ja und ich hätte dich holen können ja nee hättest du nicht da doch ich habe doch diesen diesen medaillen medaillen ja ja wieder nichts wie gebraucht ich habe schon zig so wieder ich leck mich am arsch habe ich ja zu sagen ja dass mich lecken doch ich schlecht bin dass du gut bist gegenteil was sagt eine kürz 0,3 ist wieder schlechter geworden sage ich ja noch fragen 2,1 ja gut danke du bist doch gut jeder mensch ist gut naja nicht wirklich bin schlecht soll ich dich mal prügeln ne schöne fracht prügeln na das dein gehirn mal ordentlich wird ne wieso ich bin gesagt dass ich schlecht bin du musst aber nicht auf das spiel hören tja oder doch seht die gegner nur immer schlecht ja aber die siehst du direkt stimmt das baby kann ich nicht mehr an das lied ich bin 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 immer so schlecht wird dann morgen mein paket auspacken was der morgen kommt heute wollte ich doch gestern herkommen ja schön meine zwei ketten wenn man sieht es ja nicht das weiß sind oder ich wollte schon bedanken mit b das ist kein fordner hier und wir haben gestern 19 stunden 54 hunde jetzt aus 20 oder 20 ich bin schlecht in dem spiel und das glaube ich dir sogar was anders gesagt ich voll gut bin ja bist du doch auch ja muss ja seine zuschauer dazu sagen ja mit null kills null assi dings assistenz oder als die assistenz mit null schaden du bist auch recht gut sagt ja vor dem bild läuft besser wie mir du kennst das spiel aus seit zwei tagen oder ein tag ja stimmt schon also und bei fordner hat es auch nicht gleich 100 kils gab oder 20 ja stimmt schon aber das hält wieder einfach und sich auf die gegner besser und ich sehe für mich die gegner einfach weiß warum jetzt tun alles hoch ultra so klinik liegt und ich daran doch da siehst du dann auch das ob alles auf jürgen auf hast ja das kann ich nicht hoch stellen das weißt du doch ja aber du bist doch die wollen eine auf eines passt das eine zeug auf ultra steht das andere halt nicht so nicht leicht dann wird es ja gehen ich kann jeden mal umstellen weißt du ja ja ich sag ja nix außer bis zum bekommen ja ich schlecht bin ich sag jetzt nix warum machen es so ist doch war nee warum nicht weiß nicht so ist ich hab mir geschrieben auf das gott jetzt kommt noch mal aufpassen und zwanz nacht leg wäre oder nur also volle pulle gestellt muss mir mal gespannt wenn du es nicht sehen kannst dann bis dann wie blind so habe ich einen pink ja 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 da stand gerade einen pink und dann machen wir einen clip ja und wenn ja das ist mir angucken kann ja zwischen den zeigen kann ich ja später machen meister und wirklich alle volle pulle gestellt also wenn du die nicht sehen kannst damals da kann ich denn nicht helfen kann man doch kann man hoffen ist nicht aufgegeben bis jetzt noch nicht aber ich meine dass jeder behaupte naja naja also das sichtweite ist auf ultra laub hoch effekte ja text das habe ich auch es gibt dann die option dass du die kamerasicht fällt erinnern kannst von 90 was anders als kann man auch nein ja bei mir steht auch ja ich wollte ich über ultra texturen habe ich ultra ja ich habe ja alles auf ultra ich habe sogar die schärfe aktiviert ich höre nur zu ach ne weil ich im menü war und wenn ich rausgehe aus dem menü dann habe ich kurzzeitig einen pink bau 0 steht einfach ja ja schon wieder fertig war ja ich bin fertig wäre kampfbereit als notfalldeckungsfackel hat er braucht den schrott ja das hat mich auch gefragt das war doch meine frage gerade ja alle und spritze können sie kommen wie kommt ja bist du schon drin macht die tue und herr im autofunk ist schlecht kann sich durchbauen wie ein vorn hat zum klick haben wir ein auto und rucksack habe ich gefressen tolle antwort ich weiß ich lasse musik mitlaufen nebenbei ja und weiter ja nix um ja tu mir dann hier und weiter hier und dann mal so ich würde mich gar nicht konzentrieren wenn die mucke läuft nebenbei ja ich schon kann ihn fordern ja wohl nicht mach ich mal aus da gebe ich dir recht da mache ich es auch oder warte mal kurz wenn ich sage auto einsteigen steigt ein ok wir fahren gleich zusammen los bist du schon bereit mit 11 ja kein klatsch hat er gesagt also jetzt habe ich vier erste hilfe sit und gesniped du dich heim ich hatte ich geh in der auto warte du bleibst du beim auto in meine fresse doch nervig ich mache meine karte holen die müsste dann so silber sein oder so oder so klar was ist ja dann steigt im auto dann vorweg 2 cm losgekommen doch war es doch echt gut muss ich dir mal das naja nachkommen gibt wir hatten mal andere meinungen wird schon stimmen das so steht ja du bist nicht schlecht als du klappe youtube auf schreist du so also spiel sei dass ich schlecht bin ist aber nicht da musste mal treffen karriere da steht ko verhältnis 0,3 das wird schon stimmen ich habe dann 8,0 ja siehst du trotz wo ich auch sagen naja ich schon einiges besser ist auch das zweite mal das spiel wollte karten schlüssel annehmen hast du ein schlüssel was ich vom pass bekomme von battle pass hast du ein battle pass hab keins da gibt es doch karte sachen paar einfach morgen in die kette in die schule ja warum nicht kann man ja machen was der kleine sagt da lachen es mich zwar schwächer aus aber mir doch egal da ist er das war ja ja du bist doch immer gut sehen gehört naja also ja sie haben gehört doch ich freue mich morgen auf die schule mitten erst kommt ja ich freue mich morgen auf die schule mitten erst kommt ja jäh meine frage nicht beantwortet oder was nö was heißt deiner meiner wie die maus sei willst du ja auch wissen ja probleme halt mit mir vielleicht sagt das mir morgen auf die schule kann ich ihnen dir sagen denkst du ich kann es das sagen ich habe ja auch nichts gemacht eigentlich eigentlich ja was soll ich denn gemacht haben du denkst du ich weiß das naja kommt mir alles ein bisschen komisch vor ja kommen zwei Leute mit bei dir was ja zwei Leute kommen da mit ach die sind woanders es gehört ab rucksack ich mache die mit ach das hörst du noch bis meiner nähe vielleicht aber also ja aber ich bin nicht beschossen ich bin da baby ich habe mir mal den dieb wir stehen baby ja ja weißt du doch ich will kein baby sein ja dann zieht doch das weh aus ich stehe unter beschoss das ist schlecht in diese hilfe eilen habe ihn ja okay kommt oder auch nicht das war der hier der neue achtung da kommt jetzt ja das dauert ab das sind zwei habe ich der andere ist hier rechts kann ich nicht sehen habe gesagt rechts hier gut dann heil mich erst mal oder kill ihn kill ihn kill ihn kill ihn gut komm heil mich also siehst du bist doch gut naja ich habe ihn verkackt wahrscheinlich warte mal kurz brauchen sie den koffer ja ja aber nee hab einen ach brauche ich nicht bin ja unwichtig ich darf ja verrecken nee aber da schießt du noch irgendwer ich habe ihn erst in den da drauf geschossen hin ich habe ihn ich habe ihn in den da es ist einfach die die ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn verbrechen weil ich es immer schießt auf mich. Auf dich. Hinten. Hinten der Leib lange, glaube ich. Der haut ab. Mensch. Ach du Arschloch, ey. Und wahrscheinlich der Rache von anderen Gegner. Kriegt euch. Ui. Oder Penner. Na, die anderen werden sich auch beschweren. Weil wir sie killen. Ich frag mal meine Mama, wanns Essen gibt. Essen. Mami. Ist du wieder Hunger oder was? Ja. Wenn sie sich Essen mit hochnehmen kann. Ui, Essen. Los Mama, ja. Ja. Die Frauen haben ja leider keine. Hm? Da drauf. Das stimmt schon, aber... Die Eier braten in 5 Minuten. Ui, braten. Warum Eier? Ich darf oben essen. Weil ja heute Eier gibt. Ich glaub es gibt Dings. Kartoffelsalat. Ja, mit dazu. Eier. Ja. Spiegeleier. Was? Und Spiegeleiern. Ja. Hä? Hä? Es gibt es eine Kombination! Hä? Gibt es nicht. Dann lass mich doch essen wie ich essen will. Ich hab da hatte Eier. Oh Leute und herzlich willkommen. Zeig dir noch ein Gott. Was? Nix. Ui, hatte Eier. Ja. Fuck me please. Ich geh mal kurz aufs Toilette. Also Freunde, das war's jetzt mit diesem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Dann sehen wir uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.